Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rocket Leech Und wir spielen heute nicht mal 4x4 sondern Hockey! Autohockey! Und ich hoffe diesmal finden wir schneller Ok wir finden schneller Sagt Hallo zu YouTube Ey kleiner fetter Bastard Nein lol lol nice Noob Noob Der ist drinne Ja meine Vorlage aber egal Guck und sieht selber dass meine Vorlage war Bist du? Du bist. Bist du? Ich hab's! Ich hab's! Ab. Ich hab. Jetzt. Ich hab! Ich hab' Ich hab' Nein! Ich hab' Schwer' Ich hab' Ich hab' Ich hab' Kann man sich... LOL Aber man hat das Spiel gelassen Das war noch immer Ja, klar Mach was du willst Wissen wir ja ja Eben hätte er fast ein eigenes Tor gewesen Was macht ihr denn? Habt ihr nichts im Gehirn oder was? Umrannt ihr eure eigenen Leute? Ehrlich ey Ich hasse solche Leute Das sind die größten Lappen Nein Tor Tor Heißt das überhaupt? Kiss dich Aber war wohl nichts, ne? Loll 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 Ja Geil Loll Loll Ich wollte Das sollte mein Tor sein Hier braucht man keine Lümpfer machen Das hat eh keinen Sinn Loll Ich weiß es Ich weiss Ich weiß es nicht Das ist auch sehr Ich kann es nimm Einen Du bist Dich Du bist Ne Nimm Das war's. Das war's. Das war's. Was hätte es denn für einen Sinn? Nein, schade. Oh, wir stehen eh 2-0 hinten. Schade. Hatte gedacht, das wird was. Nein. Easy. Easy. Neon-orange. Äh, neon-orange. Neon-gelb. Ey, nicht Mama. Jo-Mom ist das keine Mutter, ey. Ja, 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 ja. Egal. Ich würde dann sagen, wir sehen uns bei einer neuen Folge Rocket Leech. Und ja, Moment, denkt ihr, aha, ist hier so kurz. Ähm, ja, ich hab immer nicht so viel Zeit. Und eine Runde pro Folge reicht, finde ich. Das sind eh meistens 5 Minuten oder so. und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Rocket Leech, ciao, ciao